Du zahlst 85 Dollar für eine Hautcreme? Oh, das Zeug ist der Hammer. Du willst golfen? Na super, ich wollte immer wissen, wie es ist, 70 zu sein und in Florida zu leben. Also 85 Dollar für das winzige Teil und was ist da drin, 80 Dollar? Dass du so dumm warst, den Mietwagen zu behalten. Und dass du so dumm bist, deine Schuhe mal rumliegen zu lassen, sodass ich drüber stolper. Du gibst 109 Dollar für so einen Roboterhund auf. Oder dass du so dumm bist, nicht nach unten zu schauen, wenn du läufst. Würdest du Gizmo aus dem Spiel lassen? Du denkst, du hast gewonnen, wenn du deine Frau zum Spiel mitnimmst? Kriege ich dein Fernglas? Kannst du uns Popcorn holen? Ich will Nutten, Umnieten und Sachen in die Luft jagen. Gib mir nochmal das Fernglas. Oh, da gibt's Eis. Hey, hältst du mal kurz das Fernglas? Oh, das riecht nach Wodka. Nein, das bist du. Ist das Schokoreis? Holst du mir eins? Jetzt gib mir nochmal das Fernglas. Oh, mir ist schlecht. Oh, wie lange dauert das noch? Wieso hast du mich all das essen lassen? Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Ah!